Wir präsentieren Ihnen jetzt das Beste aus dem Katalog und heute dreht es sich hier bei uns in der Sendung um das Thema Beleuchtung und wie schön das aussehen kann. Das sehen wir ja auch gerade schon mal. Wir haben hier schon einiges aufgebaut und das ist einfach mal richtig fantastisch. Wir haben verschiedene Leuchtelemente hier für Sie und das natürlich alles zu unserem fantastischen TV-Sonderpreis. Ja, ich glaube, hier ist wirklich für alle was dabei. Sie kennen das ja, man sitzt irgendwo draußen, es wird langsam dunkel und dann möchte man trotzdem noch gemütliches, schönes Licht haben. Das ist so ideal, diese Lampen, die wir haben, die funktionieren nämlich alle mit Akku oder Solar. Das heißt, sie sind natürlich ideal, wenn man mal so wie wir hier draußen im Garten noch sitzt. Wir haben gerade schön gegessen oder wollen gleich essen. Es ist schon ein bisschen dämmrig und dann haben wir hier als erstes diese wunderschöne Tischlampe. Das sind so diese Akzente, die man setzen kann, um es eben die Stimmung nochmal ein bisschen gemütlicher zu machen. Ich finde das immer furchtbar, wenn man irgendwo sitzt und was essen will und man sieht gar nicht, was man isst oder wenn man irgendwie Karten spielen will oder überhaupt das Gegenüber sehen will. Auch das, ja. Auch das, das ist doch richtig gemütlich hier. Guck, wir haben unsere Drinks, wir haben unser Teller vorbereitet und gleich kann es dann losgehen mit Essen. Also das ist eine sehr, sehr schicke Lampe, finde ich hier, gerade in diesem Edelstahl, das ist ja hochmodern, ne? Ja, es sieht wirklich hier sehr schön aus. Solche Lampen sind mir jetzt auch schon öfter mal in so etwas schickeren Restaurants aufgefallen, weil da wird einfach mitgedacht. Sonst kennt man es ja auch, dass mal eine Kerze da steht, aber die wirft halt eben nicht so viel Licht ab, dass man überhaupt noch was sehen kann. Also ich finde diese Variante perfekt, eben auch ohne Kabel, wir sind hier akkubetrieben unterwegs, finde ich super praktisch und jetzt einfach mal auf dem Balkon oder auch auf der Terrasse auf den Tisch stellen. Ich finde, das sieht wunderschön aus, ja. Ja, vor allem, weißt du, die Akkutechnologie ist ja viel, viel besser geworden jetzt. Diese Lampe leuchtet zum Beispiel 48 Stunden. Das heißt, die kannst du also wirklich ganz egal, wo du bist, kannst du die überall mit hinnehmen und schauen Sie mal, ich stelle mal ein bisschen nach vorne, dass man die auch richtig gut sieht. Die sieht einfach klasse aus hier von allen Seiten, lässt sich sogar dimmen, wenn ich hier oben drauf drücke, sehen Sie aus, jetzt ein bisschen, ein bisschen mehr und jetzt volle Lichtstärke. Und Sie sehen sogar hier den Lichtkegel, der beleuchtet alles wirklich optimal und sieht dabei so super schick und elegant aus, nicht nur für draußen natürlich. Vielleicht haben Sie irgendwo ein Regal, aber keinen Steckeranschluss oder auch mal drin. Man will ja nicht immer unbedingt die große Deckenleuchte anmachen. Das blendet dann alle. Das hier ist mal so eine schöne, dezente Beleuchtung, die man einfach überall hinstellen kann. Wie gesagt, ich finde das so toll, dass man die eben noch gemütlicher machen kann hier mit dem Dimmen und so einfach zu bedienen auch noch. Finde ich richtig toll mit den verschiedenen Lichtstärken hier, dass man es eben dimmen kann, gerade wenn man es vielleicht gemütlicher haben will oder vielleicht, wenn man beim Essen dann auch mal was sehen möchte. Also können Sie genau so einstellen, wie Sie das wollen. Und nicht nur wir sind begeistert, sondern hier auch die Bewertungen auf Amazon sind wirklich perfekt. Denn das ist wirklich fantastisch. Wir haben hier 4,7 Sterne bei Amazon als Bewertung. Also das ist wirklich richtig klasse. Deshalb nutzen Sie hier auf jeden Fall diese Gelegenheit aus und bestellen hier natürlich zu unserem fantastischen TV-Sonderpreis. Ich nenne Ihnen auch gerne direkt die Bestellnummer, die ZX6206 und natürlich die 569. Und diese Bewertungen sind ja fantastisch. Da kann man also wirklich auch stolz drauf sein, gerade wenn man so Deko-Elemente hat. Die Leute sind davon natürlich erstmal von der Optik überzeugt, aber vor allem auch von der Funktion und der Qualität. Und das ist eben auch so eine Sache. Mit diesen 48 Stunden Akkulaufzeit hat man hier wirklich was ganz Besonderes. Das sind zwei volle Tage, Tag und Nacht mit einer Akkuladung. Das finde ich schon mal sehr herausragend. Und Sie haben das gesehen. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal angefasst. Das ist aber sehr, sehr unempfindliches Edelstahl. Das ist nicht so wie das in der Küche, wo man jeden Fingerabdruck drauf sieht. Das ist also wirklich auch noch sehr pflegeleicht, dass man die nicht immer wieder gleich danach wieder sauber machen muss. Natürlich können Sie ein Zweierset bestellen und da noch viel mehr sparen. Da haben wir hier auch die entsprechende Bestellnummer für Sie. Ja, die Bestellnummer ist die ZX 6303 und natürlich die 569. Und auch hier sparen Sie noch mal einiges. Ingo hat es schon angesprochen. Denn unser TV-Sonderpreis liegt hier bei dem Zweierset bei 50,34 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall hier zuzugreifen. Gerade auch zweimal schön aufgestellt sieht es natürlich auch super aus. Oder vielleicht auch mal, wie gesagt, drinnen aufzustellen, schön symmetrisch. Also greifen Sie hier auch gerne zu. Das sieht einfach wirklich klasse aus und dass man eben hier dieses Licht auch noch dimmen kann. Genau so, wie es dann für Sie perfekt ist. Aber wir haben natürlich noch weitere Variationen hier mitgebracht und auch die gefällt mir sehr gut. Ja, das ist unser absoluter Topseller. Wir haben die einmal vorgestellt und schon war sie ausverkauft. Die nächste Lieferung kommt. Aber wenn Sie die haben wollen, sollten Sie da jetzt zugreifen. Ich bin wie Sie, wie unsere Kunden, die die schon gekauft haben, absolut begeistert von dieser neuen Tischlampe. Das ist eine Katalogneuheit. Die war ausverkauft, bevor der Katalog rauskam. Wir haben den einmal gezeigt und es war sofort begeisterndes Feedback. Guck mal, die kannst du nämlich verstellen hier in der Höhe. Die haben so einen Teleskop-Ständer. Das ist ja praktisch. Ist das nicht cool? Kann man also in jeder Höhe hier zwischen 11,7 und 28,7 Zentimeter stellen. Und auch die funktioniert mit Akku. Auch hier haben wir 20 Stunden Leuchtdauer. Und das Design hier finde ich so wunderschön. Die kann man auch, gucken Sie mal hier, wenn wir zwei nebeneinander stellen, kann man so wie die Orgelpfeifen das so ein bisschen machen. Sieht einfach super klasse aus. Sie können das natürlich auch noch dimmen. Schauen Sie mal, wenn ich hier lange draufdrücke, wird es hier dunkler und jetzt wird es wieder heller. Es ist ein absoluter Topseller bei uns. Es ist eine wunderschöne Lampe, die natürlich auch hier ganz, ganz einfach per USB geladen wird. Aber diese Funktion mit dem Teleskop, das habe ich so noch nicht gesehen. Guck mal, du kannst hier auch so einen Lichtkegel einfach nur machen und die andere kannst du dann meinetwegen ganz nach oben stellen. Das macht so einen Spaß und kann man dann eben auch individuell machen. Guck mal, wenn wir jetzt hier meinetwegen essen, möchte ich gerne, dass unsere Teller beleuchtet werden. Aber wenn wir dann danach gemütlich beisammensitzen, mache ich einfach hier dann diesen Lichtkegel oder das ist ja so das Coole. Ich drücke die einfach nach unten. Das ist wirklich cool. Mach es dann eben einfach gemütlich damit. Also eine ganz, ganz tolle Lampe hier. Unser Topseller. Wir haben die jetzt hier einzeln für Sie in der Wäsche. Und die kostet auch nicht mal zehn Euro. Das finde ich auch sensationell. Aber wir haben die gleich noch im Zweier- und Vierer-Set. Gerade mehrere. Das macht natürlich noch mehr Spaß. Und gerade bei dem Preis. Das wird ja immer preiswerter. Sie haben gesehen, die erste kostet knapp zehn Euro. Hier sind wir bei gut acht Euro bei jeder. Das Vierer-Set, da sparen Sie noch mehr. Ist ein absolutes Saisonprodukt, Highlight-Produkt bei uns hier. Diese fantastische Lampe, die man eben so ungemein toll hier auch noch in der Helligkeit und der Höhe verstellen kann. Habe ich noch nie gesehen, so eine Teleskop-Lampe. Sieht sehr edel und elegant aus. Deshalb nutzen Sie hier die Gelegenheit unbedingt aus. Ich nenne gerne einmal die Bestellnummer für die einzelne Lampe. Das wäre die ZX 7539 und die 569. Und das Zweier-Set, das lohnt sich natürlich richtig, weil Sie noch mal einige sparen. Bestellen Sie gerne mit der ZX 7540 und der 569. Ich finde auch diese Teleskop-Funktion wunderbar. Habe ich auch noch nie gesehen. Hast du die schon mal in der Hand gehabt? Aber das überzeugt mich auf jeden Fall echt. Das ist echt der Hammer, oder? Das macht auch noch Spaß. Ja, und dann kann man ganz individuell, so wie man es haben will, hier in der Höhe verstellen. Jetzt sehen Sie übrigens das Vierer-Set gerade. Da sind wir gerade mal bei gut sieben Euro pro Lampe. Also die sind auch sehr beliebt bei uns gewesen jetzt, diese Zwei- und Vierer-Sets. Die kommen bald wieder. Wir arbeiten dran, das noch schneller natürlich herzukriegen für Sie. Aber die sollten Sie definitiv vorbestellen, wenn Sie die haben wollen. Ein absoluter Top-Seller, ein Trend-Produkt bei uns jetzt gerade im Katalog. Als Katalog-Neuheit unglaublich beliebt bei Ihnen. Und das hier meine ich auch nicht ohne Grund. Ich finde das Dimmen auch richtig toll. Also diese Lampen hat mich wirklich richtig beeindruckt. Ich kann verstehen, dass die ruckzuck ausverkauft war. Und jetzt, wenn Sie das Vierer-Set wollen, auch da sparen Sie nochmal ordentlich viel. Deshalb nutzen Sie da auch jetzt hier die Gelegenheit aus und bestellen sich am besten gleich das Vierer-Set. Auch hier wieder Kabel ungebunden, finde ich wirklich super praktisch. Auch mal für den Innenbereich zum Aufstellen. Vielleicht auch mal auf dem Nachttisch könnte ich es mir auch sehr gut links und rechts vorstellen. Aber auch natürlich, um es jetzt mal mit rauszunehmen, auf dem Balkon, in den Garten, auf die Terrasse. Also hervorragend. Ja, vor allem, das ist ja auch hell genug. Du sagtest Nachttisch, wenn man mal irgendwo was lesen will. Da ist vielleicht keine Lampe gerade und man will das große Licht nicht anmachen. Dafür sind solche Produkte natürlich klasse. Die wird per USB geladen. USB-Netzteil haben wir Ihnen natürlich auch mitgebracht. Stilvoll übrigens, auch in weiß hier. Die neueste Generation mit zwei Steckplätzen sogar. Da können Sie zwei Lampen gleichzeitig laden zum unglaublichen tollen Preis hier. Ja, Ihr TV-Sonderpreis liegt bei diesem USB-Netzteil mit zwei USB-Anschlüssen bei gerade mal 5,69 Euro. Also das lassen Sie sich nicht entgehen. Netzteile kann man ja auch so immer gut gebrauchen und genau perfekt hier für unsere Akku-Tischleuchten. Die bestellen nun mal die PX2421 und die 569. Und jetzt werden wir mal ein bisschen größer. Aber auch die gefällt mir wunderbar. Ja, Sie sehen hier vier dieser Lampen. Es ist immer das gleiche Produkt. Die kann man nämlich in der Höhe verstellen. Der Lampenfuß hier, die Lampenstange, besteht aus sechs einzelnen Teilen. Dadurch können wir das natürlich hier in der Höhe je nach Stimmung variieren. Wir können hier zwischen 22 Zentimeter, das ist die kleinste Größe, bis hoch zu 1,32 Meter. Das ist, glaube ich, das neben dir. Und auch eine wunderschöne Lampe, die tatsächlich auch mit Akku funktioniert. Sie kriegen hier eine Fernbedienung dazu. Ich mache die mal eben an. Und dann sehen Sie schon, was für ein wunderschönes Licht diese Lampe macht. Ich finde das einfach klasse hier, dass wir hier, hier die dahinter, das ist die höchste Höhe, glaube ich. Genau. Die können Sie jetzt hier mit der Fernbedienung ganz einfach an- und ausschalten. Die hat aber auch einen Dämmerungssensor drin, dass die also automatisch angehen würde, sobald es dunkel wird. Strom bekommt sie übrigens über ein Solarpanel, was hier oben drauf ist. Das heißt, Sie lassen sie ganz einfach draußen stehen. Die ist natürlich dann auch dafür gemacht, dass sie draußen steht. Oder drinnen irgendwo am Fenster. Lädt sich tagsüber auf und gibt Ihnen abends dann das Licht zurück. Guck mal, wir haben jetzt hier so warmweißes Licht. Ich kann die aber noch dimmen natürlich. Da kann man es vielleicht besser sehen. Das ist das warmweiße Licht. Wir können eine andere Lichtfarbe machen und wir können sogar richtig kaltes Licht machen, wenn man zum Arbeiten meinetwegen irgendwas braucht hier. Guck mal, das ist fast ein Scheinwerfer. Ja, es ist extrem hell. Die sind so unglaublich hell, aber wir wollen es natürlich gemütlich haben hier in dieser schönen Farbe. Diese Lampe ist unglaublich populär natürlich auch. Haben wir noch verfügbar. Und denken Sie dran, die können Sie wirklich hier, diese hier hinten ist auf voller Höhe, in verschiedenen Höhen einstellen, weil wir hier diese sechs Segmente haben, aus denen die steht. Da kann man eben auch mal so individuell so, was weiß ich, das hier jetzt mal hier vor uns instellen, wenn wir irgendwie so einen schönen Lichtakzent vor uns haben wollen. Oder wenn wir beleuchtet werden wollen, stellen wir die eben auf die ganz große Höhe, wie sie jetzt hinter mir steht. Ich finde das total klasse hier. 400 Lumen ist enorm lichtstark. Ich mache das nochmal auf volle Helligkeit hier. Oh ja. Aber man kann es, wie gesagt, auch dimmen hier, dass wir hier eben auch ganz gemütliches Licht haben. Die ist auch wunderschön hier. Alles aus Metall übrigens. Die steht richtig solide und ist, wie gesagt, auch für den Außenbereich geeignet. Und auch hier haben wir einen super TV-Sonderpreis für Deliktier bei 66,49 Euro. Und auch hier zeigen wir Ihnen gleich das Zweier-Set. Auch das finde ich wirklich super praktisch. Und natürlich, dass hier alles über das Solarpanel aufgeladen wird. Da muss man sich dann um gar nichts mehr kümmern. Die Fernbedienung kriegt man auch noch mit dazu. Da muss man auch gar nicht mehr aufstehen, sondern kann vom Platz aus jedes Licht einstellen. Die Lichtfarbe und eben auch noch die Lichthelligkeit. Also das hat mich wirklich richtig überzeugt. Vor allem, dass man die wunderbar in diesen Größen so einstellen kann, wie man es eben möchte. Da kann man sich selbst entscheiden, wie hoch denn die Lampe heute sein soll. Also das finde ich wirklich super. Ja, Sie können in dieser Sendung Ihren Garten genauso ausstatten, wie wir das hier haben. Wir haben Ihnen alle Lampen, zeigen wir Ihnen hier. Das ist eine Katalog-Neuheit übrigens. Das heißt, ganz frisch bei uns hier im Programm und schon unglaublich beliebt. Weil es halt, also ich möchte mal sagen, eine perfekte Außenleuchte ist. Außen ist ja immer ein Problem. Wie beleuchte ich das draußen? Richtig, meistens hat man dann ja auch eben keine Steckdose zur Verfügung. Und deshalb finde ich diese Alternative wirklich richtig clever. Ja, und auch hier haben wir zehn Stunden Leuchtdauer. Das reicht den ganzen Abend. Mensch, wenn man mal so wie hier, wie wir hier draußen sitzt. Wenn Sie vielleicht Freunde mal zum Grillen eingeladen haben. Irgendwann wird es dunkel und dann will man natürlich trotzdem noch nett beisammensitzen, unterhalten, über alte Sachen erzählen. Also das macht ja unglaublich Spaß. Wenn man dann das richtige Licht hat, dann wird das mit Sicherheit ein gelungener Abend hier. Wie gesagt, die kann man einstellen in der Höhe bis zu 1,30 Meter fast oder eben ganz klein hier auf 22 Zentimeter. Aufgrund der vielen, vielen Fußsegmente, die Sie hier einfach mit dazu bekommen. Beim Zweierset sparen Sie natürlich noch mehr. Hier haben wir jetzt das Zweierset dieser Lampe. Die leuchtet, wie gesagt, in Kaltweiß, in normalem Weiß und in Warmweiß und ist komplett dimmbar. 113,99 Euro hier für das Zweierset, Ihr TV-Sonderpreis. Und auch dieser Preis ist wirklich super. Da bekommen Sie zwei dieser wunderschönen LED-Solar-Tischleuchten oder eben auch Stehleuchten. Immer so, je nachdem, wie Sie es sich hier einstellen von der Größe. Also das Zweierset bestellen Sie gerne mit der ZDX 7587 und der 569. Und ich finde einfach wunderbar, dass man hier entweder dieses Warmweiß haben kann oder auch mal, wenn man vielleicht ein bisschen was sauber machen muss, muss man ja auch mal einfach dieses Kaltweiß, dass man dann auch was sieht. Ja, ja, gerade wenn man hier dann zusammenräumt, dann schält man auf Kaltweiß die ganzen Krümel und vielleicht ist ein bisschen Ketchup oder so daneben gegangen. Alles kein Problem, weil also die Lichtstärke hier ist. Das ist wirklich unglaublich. Ich mache es nochmal auf volle Lautstärke. Volle Lautstärke sage ich schon. Volle Lichtstärke ist es einfach fantastisch. Ich mache die jetzt mal aus, weil ich will Ihnen was ganz Besonderes noch zeigen. Das ist unsere nächste Katalogneuheit. Vom Prinzip her genau das Gleiche. Die sieht auch sehr ähnlich aus. Das heißt, auch die können Sie wieder in der Höhe verstellen. Diese Lampe hat jetzt aber was Besonderes dran. Sie kann man nämlich hier auch noch, ich mache die mal eben an. Sie sehen, wir haben hier weiß, wir haben auch warmweiß und kaltweiß. Können das natürlich auch noch in der Helligkeit verstellen. Ist auch genauso hell wie die andere Lampe, also durchaus vergleichbar damit. Was wir hier aber auch noch haben, ich nehme die mal eben runter, ist, dass wir hier Farben einstellen können. Guck mal. Ich habe jetzt hier mal Pink angemacht, mache das mal ein bisschen heller auch noch. Das ist so, ja, nochmal der ganz besondere Akzent. Ich kann Grün einstellen. Ich habe hier die Auswahl zwischen tatsächlich 15 verschiedenen Farben, die ich ganz einfach hier mit dieser Fernbedienung einstellen kann. Ist das nicht schön? Ja, das beeindruckt mich extrem, dass man einfach auch noch mal buntes Licht haben kann. Gerade wenn man auch mal so eine Gartenparty macht, ist das ja wirklich perfekt auch. Das ist einfach toll hier. Und dann kann man hier eben diese Farben auch noch einstellen. Welche Farbe möchtest du denn haben? Pink? Pink. Natürlich Pink. Und das kann ich auch noch ein bisschen heller machen hier für dich. Es ist einfach fantastisch, was wir hier für Möglichkeiten haben mit dieser LED-Technik. Man kann die auch zwei verschiedene Farben machen. So wie jetzt? So wie jetzt zum Beispiel. Also es ist die gleiche Lampe, die wir Ihnen eben gezeigt haben, aber jetzt zusätzlich noch mit diesen 15 Farben, die wir hier einstellen können. Ein Timer ist auch noch dabei. Das heißt, ich kann die anmachen, dann geht die automatisch nach einer bestimmten Zeit wieder aus, dass man eben keinen Strom verbraucht. Aber ich meine, auch die halten die Akkus wieder hier zehn Stunden und die werden geladen hier oben von einem Solarpanel, was drauf ist. Guck mal, ich kann die sogar hier per Touch noch bedienen. Kann ich auch noch die Farben verändern, wenn ich hier ganz einfach oben drauf drücke. Das ist wirklich richtig cool. Also wenn das Ihre neue Leuchte sein soll für den Garten, eben auch noch in bunt, dann greifen Sie hier jetzt zu für 75,99 Euro. Einzelnd haben wir gleich auch noch als Zweierset. Ich finde, da sollte man gleich zum Zweierset greifen, weil das sieht doch immer viel, viel besser aus, wenn man mehr Beleuchtung im Garten hat. Und gerade vielleicht mal so zum Geburtstag oder auch einfach mal, wenn man abends dann draußen sitzt am Wochenende, hat man es sich ja auch dann mal verdient, einfach mal so einen schönen Abend zu haben und dann einfach mal mit buntem Licht. Also das hat mich überzeugt. Ist irre, ne? Ja, die werde ich mir bestellen. Klingt super. Ja, weil es so angenehm ist, so einfach hier, sagt man einfach so, jetzt haben wir ein bisschen, was weiß ich, wir spielen jetzt gerade, jetzt wollen wir es mal gemütlich haben, machen es in Rot. Oh, ist das toll. Es ist so einfach damit und macht richtig Spaß hier aufgrund dieser Fernbedienung, die eben auch noch ganz einfach zu bedienen ist. Sie brauchen keine App, kein Handy dafür, das kann wirklich jeder damit bedienen. Hier sehen wir das Zweierset für ein paar Euro mehr. Da sparen Sie natürlich nochmal richtig. Auch die Lampe haben wir ab Lager verfügbar für Sie. Machen Sie Ihren Garten schön, Mensch. Jeder braucht draußen Licht und es ist doof, wenn man irgendwie ein Kabel rauslegen muss oder so eine Batterielampe, so eine kleine, die nicht richtig Licht macht. Das hier ist so unser Luxusmodell, sage ich mal, aufgrund dieser schönen Farben, die wir auch noch damit machen können. Ja, deshalb jetzt am besten zum Zweierset greifen. Die bestellen wir hier für die ZX 7589 und die 569. Und auch diese Lampen hier mit diesen bunten Lichtfarben können Sie natürlich auch wieder so einstellen von der Größe her. Wie Sie es einfach am besten finden. Also hier am besten direkt bestellen zu diesem fantastischen TV-Sonderpreis. Aber ich fand hier wirklich alle unsere Beleuchtungsmittel, die wir Ihnen hier gezeigt haben, wirklich super klasse. Auch hier diese wunderbaren kleineren Tischlampen. Die Teleskop-Lampen, ne? Die gefallen mir auch richtig gut. Die haben es wirklich allen angetan, ja. Also wir haben die vorgestellt vor drei Wochen oder so. Ja, die auch da hinten, vom Anfang. Die Anfang in dem Chrom, ja. Die fand ich auch super toll. Setzen Sie schöne Lichtakzente bei sich, wenn Sie mal draußen sitzen oder auch drinnen. Wie gesagt, all die Lampen brauchen keine Kabel. Die können Sie wirklich hinstellen, wohin Sie wollen. Diese hier sind auch noch enorm leuchtstark. Die machen einfach gemütliches Licht und Licht schafft einfach Atmosphäre. Dadurch, dass die hier alle mit Akku sind und unabhängig, können Sie die wirklich hinstellen, wohin Sie wollen. Vielleicht mal zum Lesen, vielleicht mal mit in die Küche, vielleicht mal einfach so nach draußen setzen, wie wir hier. Nett, gemütlich, schön essen und trotzdem Licht haben, ohne großen Aufwand. Alle Lampen sind hier wirklich sehr, sehr beliebt. Holen Sie sich Ihre Wunschlampe.